Faust sagt zu Arsch, ja, doch Arsch sagt zu Faust, nein Wie kriege ich ihn überzeugt, dass er sich meinen Willen beugt? Faust sagt nun komm schon und Arsch stimmt zu, dann öffnet er sich Doch gleich geh rauf, dass es flutscht, zack ist die Hand reingerutscht So ballt sich, sie ballt sich